So, es geht um die Objekte der Pixelgrafik. Die Pixelgrafik ist ja eine Möglichkeit, Bildinformationen zu speichern. Ich habe hier mal so eine Pixelgrafikaufnahme, allerdings ziemlich stark vergrößert. Die einzelnen Pixel sind hier diese kleinen Quadrate. Jedes dieser Quadrate hat genau eine Farbe. Dadurch, dass die vielen Quadrate im Bild unterschiedliche Farben haben können, ergibt sich also die Bildinformation. Zunächst mal ganz grundsätzlich, das Grafikdokument ist also das eigentliche Hauptobjekt. Es besitzt die Eigenschaften Größe, Farbtiefe, Auflösung, Komprimierung und so weiter. Dazu kommen wir gleich noch. Und es gibt ein Unterobjekt, nämlich den Bildpunkt Picture Element oder Pixel auch als Kunstwort mit den Eigenschaften Farbe und Position. Das schauen wir uns jetzt kurz genauer an. So, hier haben wir also mal ein solches Pixelobjekt näher betrachtet. Farbe kann es genau eine haben. Das sehen wir hier auch sehr schön. Die Position wird üblicherweise als X, X und Y-Koordinate angegeben und zwar von der oberen linken Ecke aus, wobei man sagen muss, dann muss die Position also nicht extra gespeichert werden, weil die Pixel werden in der Reihenfolge gespeichert, wie sie hier also abgelegt sind. So ergibt sich also die Möglichkeit, klar die Position natürlich zu ermitteln, ohne dass man extra sagt, also dieses Pixel hat die Koordinate X, es hat die Koordinate Y. Es ist das so und sovielte Pixel im Bild und damit ist es also in der so und sovielten Reihe das entsprechende Element. Hier haben wir also das mal als Objektdiagramm dargestellt. Kommen wir weiter zu den Eigenschaften des Dokuments. Wir hatten gesagt, das Dokument kann zum Beispiel eine bestimmte Größe haben. Die Dokumentgröße wird häufig mit der Auflösung verwechselt. Auflösung ist was anderes, da kommen wir dann gleich dazu. Die Größe gibt also an, wie viel Pixel in der Breite und wie viel Pixel in der Höhe hat ein solches Pixel- oder Rasterdokument. Ich habe hier mal ein Beispiel. Unser Dokument hier, unser Bild hat also 12 mal 16 Pixel. Monitore haben 1280 mal 1024 Pixel. Das ist also Breite, das ist Höhe. Gibt in der Summe, manche Monitore muss man dazu sagen, gibt in der Summe also 1.310.720 Pixel oder rund 1,3 Megapixel. Gebe ich Megapixel für die Größe eines Bildes an, dann ist es natürlich wichtig, dass ich auch das Seitenverhältnis angebe. Ich kann natürlich auch 1.300.000 Pixel in einer Zeile schreiben, dann wird daraus kein sinnvolles Bild. Oder eben auch andere Seitenverhältnisse wählen. Deswegen Megapixel macht nur Sinn im Zusammenhang mit dem Seitenverhältnis oder einfach um klar zu sagen, wie viele Pixel werden denn insgesamt aufgenommen. Findet man übrigens häufig bei Kameras, wo man es inzwischen für ein Qualitätsmerkmal hält, muss man vorsichtig sein. Viele Megapixel heißen nicht automatisch gute Bilder. So, kommen wir zur Farbtiefe. Die Farbtiefe gibt wieder, wie viel Farben ein Pixel annehmen kann. Das wird in Bit per Pixel angegeben, BPP. Und das sieht also so aus, 1 Bit 2 Farben, 2 Bit 4 Farben, 3 Bit 8 Farben, 4 Bit 16 Farben. Das verdoppelt sich also immer. Bei 8 Bit haben wir also 8 BPP, haben wir 256 Farben. 8 Bit sind immer gerade auch 1 Byte als Speichereinheit, als Speichergröße. Gängige Farbtiefen sind also 24 Bit, das wären 16 Millionen Farben. Das ist schon mehr als das menschliche Auge im Grund unterscheidet. Man geht davon aus, dass das menschliche Auge so gute Millionen Farbnuancen unterscheiden kann. Ich habe das Bild von vorhin hier mal in 1 Bit per Pixelfarbtiefe dargestellt. Also in dem Fall schwarz oder weiß. Hier haben wir 2 BPP. Das sind also 4 Farben. 1, 2, 3 und der Hintergrund 4. Reicht fällig aus, um dieses Bild zu erstellen. Hier habe ich die 8 BPP und die 24 BPP noch. Und das kann man insbesondere hier an dem Himmel sehen, wo die Farbübergänge sehr fein sind, dass man mit 256 Farben durchaus eben nicht die Genauigkeit und auch die entsprechende Schönheit erreicht, die man mit mehr Farbtiefe durchaus erzielen kann. Also wenn man das ja so sieht, dieser Übergang, der ist also schon sehr deutlich. Auch hier sieht man, dass also wesentlich mehr Farbnuancen zur Verfügung stehen in diesem Bild. Soviel zur Farbtiefe. Kommen wir zu den Dokumenteigenschaften. Auflösung. Auflösung 1. Das ist in zwei Teile gegliedert. Auflösung gibt an, wie viele Punkte auf einem Zoll Strecke ausgegeben werden. Dazu muss man natürlich wissen, dass ein Zoll 2,54 Zentimeter sind. Englisches Maß, internationales Maß. Die Einheit ist dort per Inch, Punkte pro Zoll. Und wenn wir also beispielsweise ein Bild haben, hier der Größe 12 mal 16. Beide Bilder sind 12 mal 16 groß. Wenn ich jetzt hier messe, 12 Punkte auf 6 Zentimeter, dann habe ich also hier eine Auflösung von 5,1 dpi. Das kleinere Bild, da werden ebenfalls 12 Punkte, diesmal aber nur auf 3 Zentimeter ausgegeben. Ich habe das also gerade halbiert. Dann ergibt sich automatisch die doppelte Auflösung. Je mehr Punkte also auf einer Strecke ausgegeben werden, umso höher ist die Auflösung. Gleich große Bilder müssen bei höherer Auflösung also kleiner werden. Zum Thema Auflösung also. Das ist wichtig für die Ausgabe auf Monitoren, Druckern, Projektoren. Am Monitor stellt Microsoft die Größe, wenn man sich das über die Eigenschaften anschaut. Als Auflösung da ist aber die Größe, es wird häufig verwechselt. Also Achtung hier, wenn ich eine Angabe Pixel mal Pixel habe, sprechen wir von einer Größe. Habe ich eine Angabe so und so viel Pixel je Zoll, dann sprechen wir von einer Auflösung. Natürlich auch Scanner und Kameras. Je höher Auflösung, das heißt je mehr Pixel pro Zoll sie erfassen können, umso feiner wird letztendlich das Bild. Umso größere Ausdrucke kann ich bei einer bestimmten Ausgabe dann auch erreichen. Die Auflösung wird, wie gesagt, oft mit Größe verwechselt. Je höher die Auflösung, detailreichere Bilder ist klar. Wenn ich allerdings ein hochauflösendes Bild entsprechend darstellen möchte, kann es manchmal sein, dass ich da ein Problem habe. Es wird kleiner bei gleicher Größe, wenn ich die Auflösung erhöhe. So, Programme für die Pixelgrafik, da sprechen wir also zum Beispiel über Microsoft Paint, EarthenVue, Paint.net, Gimp, Adobe Photoshop. Gimp ist wohl das Professionelle, das unter Ihnen, das werden wir dann auch in diversen Anleitungen wiederfinden und damit auch arbeiten. Da werde ich also ein paar praktische Anwendungen zum Thema Pixelgrafik geben. Das soll es hier erstmal gewesen sein zum Thema Grundlagen der Pixelgrafik. Der Rest soll praktisch erfolgen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.